Hallo Leute, willkommen zu meinem nächsten Tomatencremesuppenblog, dem besten Namen des ganzen Universums. Ja, ihr müsst entschuldigen, ich klinge vielleicht noch ein bisschen müde, ein bisschen kaputt. Das liegt daran, dass ich noch ein bisschen müde und ein bisschen kaputt bin. Ungewöhnlich für mich um die Uhrzeit, muss ich sagen, weil normalerweise stehe ich irgendwann um sieben oder acht auf. Aber heute habe ich mal tatsächlich bis jetzt geschlafen. Jetzt ist es gerade mal kurz nach zehn. Also schon kurz nach zehn, das ist für mich lange. Auf jeden Fall, der Grund dieses Videos. Ich muss euch sagen, ab heute ändert sich ein ganz klein bisschen was auf meinem Kanal, was die Uploads betrifft. Mh, Pizza-Rand. Beste. Ein paar Sachen ändern sich. Und zwar, Videos von diversen Projekten. Also nehmen wir zum Beispiel mal Pokémon. Kommen jetzt nur noch alle zwei Tage. Das bedeutet Montag, Mittwoch, Freitag. Wie die anderen Videos kommen dann eben Dienstag, Donnerstag und auch Freitag. Also Freitag kommen vier Videos. Warum vier? Warum vier fragt ihr euch jetzt? Ganz einfach. Ähm, ich muss das so machen, weil morgen schon wieder ein neues Projekt auf meinem Kanal startet. Einfach weil... Ja. Weil. Ähm. Einfach weil es halt einfach so ist, sage ich jetzt mal. Es geht halt gar nicht anders und deswegen muss ich es halt einfach so machen. Und ja. Somit laufen vier Videos, äh, vier Projekte auf meinem Kanal und davon jeden Tag eins hochladen. Das ist unmöglich. Das schaffe ich nicht. Ähm. Deswegen habe ich es jetzt so gemacht. Alle zwei Tage. Ähm. Und folgendermaßen wird das ablaufen. Die DS-Spiele Pokémon und Dragon Quest kommen Montag, Mittwoch und Freitag. Und zwar jeweils um 15 Uhr und um 17 Uhr. 15 Uhr Dragon Quest, 17 Uhr Pokémon. Final Fantasy und das neue Projekt kommen am Dienstag, Donnerstag und Freitag. Und zwar Final Fantasy um 15 Uhr und das neue Projekt um 17 Uhr. Das ist der Plan. Ähm. Warum mache ich das so? Ganz einfach, weil, ähm, ich es sonst nicht schaffen würde, äh, meinen Upload-Plan einzuhalten. Ähm. Ja. Das würde einfach nicht gehen. Deswegen muss ich es so machen. Ähm. Ich will aber gleich dazu sagen, ich werde kein Spiel künstlich... Nicht in die Länge strecken. Das bedeutet, sobald eins dieser Spiele komplett aufgenommen ist. Und ja, Final Fantasy ist immer noch nicht komplett aufgenommen. Weil ich gerade irgendwie wirklich Richtung 100% gehe. Aber egal. Auch Final Fantasy ist noch nicht komplett aufgenommen. Wenn irgendwas davon komplett aufgenommen ist, dann wird es ganz normal 5 Mal die Woche hochgeladen. Das bedeutet Montag bis einschließlich, ähm, 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 Freitag. Beim Rest wird sich so gesehen nichts ändern. Erst sobald das jeweilige Projekt eben, ähm, komplett aufgenommen ist. Soviel nur zur Info, ähm, Samstag, Sonntag will ich es dann wieder schaffen, dass mein Wochenendprojekt habe, es nun wieder versucht zu kommen, sage ich jetzt einmal. Ich versuche es wenigstens. Das ist auch einer der Gründe, weswegen nur noch alle zwei Tage was kommt. Und, ja, mehr gibt es dazu eigentlich gar nicht mehr zu sagen. Wie gesagt, Montag, Mittwoch und Freitag kommen Dragon Quest und Pokémon. Dragon Quest 15 Uhr, Pokémon 17 Uhr. Dienstag, Donnerstag, Freitag kommen Final Fantasy und das neue Projekt. Final Fantasy 15 Uhr, das neue Projekt 17 Uhr. Mehr gibt es dazu eigentlich gar nicht mehr zu sagen. Also gut Leute, das war dann mal mein nächster Tomatencremesuppen-Blog, dessen Namen ich immer noch liebe. Es war einfach eine tolle Idee. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.